Hallo, ich bin der Bernd Haas von Relo und ich bin verantwortlich für das Getriebe bei uns. Wir haben hier einen Steckantrieb, den kannst du innerhalb von Sekunden dein Fahrrad zum E-Bike machen, aber auch wieder zum normalen Fahrrad. Das Schöne ist, es passt an fast jedes Fahrrad und im Handumdrehen geht es elektrisch weiter. Das Getriebe ist ein Mittelmotorkonzept und wirkt direkt am Tretlager. Dazu wird einfach nur die Kurbel einmal abgenommen, kommt ein kleiner Adapter drauf, Halterung wird am Rahmen fixiert. Hier sind wir auch flexibel, ob es am Unterrohroberseite, Unterseite oder am Sattelrohr ist, hauptsache in der Nähe vom Tretlager und anschließend, wenn das Getriebe wieder drauf ist, kommt die Kurbel wieder dran. www.hansji-st Grande.de www.hansji-st42.de